So, weiter geht's mit Folge 20. Ich muss aber sagen, das Spiel hat mich leider gar nicht überzeugt. Also, das wird auch definitiv die letzte Folge sein, die ich aufnehme. Es ist langweilig und öde und bietet keine Abwechslung und reizt mich überhaupt nicht. Und, wow, ich werde in die Luft gesprengt. Ja, ich glaube, der Creeper hat das Leben gedacht, wir werden nur zu verarschen. Kannst du jemand anderes? Das ist die Strafe. Das ist eigentlich, selbst das Spiel hält dich schon zum Narren. Oh, mein Gott, ey, was war das denn für eine Superscheiße? Weil da bin ich am Lästern, ich drehe mich so ganz zufällig, oh, da steht da plötzlich so ein Sprengensdingens hinter mir. Das nennt sich immer noch Creeper. So ein Sprengensdingens. Oh, ich habe ein Schmerz weggewor... Ja, ich will ja auch unbedingt dieses Ding haben. Okay, das Spiel ist toll, ich liebe es, ich werde es durchspielen wahrscheinlich, ich hoffe es. Also aktuell, ich habe noch nicht mal die Hälfte von all dem gemacht, was ich noch machen will. Du spielst es ja auch gerade mal einen Tag. Ich will mein Haus auf jeden Fall noch größer machen. Wie ihr seht, ich habe jetzt hier eine Zuckerrohrplantage. Für Zuckerrohr? Ja, wozu? Papier? Uh. Uh, da hätte ich mir die Tür offen gelassen. Ah, das war bestimmt mein Mitbewohner, was für ein Arschloch. Mhm. Ich glaube, ich sollte mal ein bisschen meine Sachen sortieren. Äh, Rotten Flash, Rotten Flash, Rotten Flash. Vielleicht sollte ich mal ein paar Sachen wegschmeißen, wie Merci. Vielleicht sollte ich mir wirklich mal... Lava, äh, Lava, genau. Naja, bringt man sich bitte zu, äh, Rotte, das vielleicht auch. Ich weiß nicht, vielleicht bringt das irgendwann was. Ja, absolut. Kannst du vielleicht einen Zombie verschwenden oder so? Kann man eigentlich Buckets, äh, Stapeln? Ach, jetzt? Eimer. Nein. Wüsste ich nicht. Glaube ich kaum. Nee, kann man nicht. Nee. Unschuldig, ich habe nichts gemacht. Daumen runter für Guineapics! Boah, ich weiß auch nicht, warum wir auf einmal Knie schmarrn. Ich kann nichts dafür. Ich habe wirklich nichts gemacht, ich sitze hier nur. Was freut ihr denn? So, weil das sind die Treppen. Warte, ich glaube, die wohl Stroh haben. Ja, Moment. Sie sind vielleicht Fressecke, ich habe auch einen Freund erst schon geblieben. Wie sie so tut, als wäre sie für sich. So, Blumen werden gesammelt, Gunpowder bewahre ich auf. Die pflanze ich noch, das nehme ich mit. Das brauche ich nicht mitnehmen. Dann nehme ich mit, die Wolle lasse ich hier. Den Pfeil brauche ich ganz bestimmt nicht. Ich kackte ihn erst recht nicht. Die Tür setze ich gleich noch ein. Den brauche ich unten nicht. So, ich gehe nämlich wieder runter. Diesmal mit Eimern. Mit einem Eimer bewaffnet. Mit fünf Eimern. Mit fünf Eimern bewaffnet. Du kannst ja die Zombies über die Rübe hauen. Toll, ich bin noch nicht ganz unten und ich höre schon die Spinnen. Ich bin hier irgendwo direkt auf die... Ich bin hier 40 Stockwerke runtergebuddelt. Und irgendwo auf einem Weg bin ich schon in einer Monsterhülle vorbeigekommen. Ich bin runtergebuddelt. Herrlich. Ja, das war eigentlich das beste Deutsch, aber es passt. Also wenn, dann musst du sagen, ich bin runtergebuttert. Was ist das denn hier? Ich habe die Tür immer noch nicht eingesetzt. Ich muss nur aufpassen, dass ich nicht schon wieder zur Spinnenecke laufe, weil ich glaube, ich habe da nicht alle Wege abgegrenzt. So viel Holz, das muss ich alles noch mitnehmen. Ich habe keine Axt dabei, ich Idiot. Oh, ich habe keine Axt dabei! Hä? Weil du unvorbereitet reingehst. Na, ich habe... Ich habe immer so... Ich weiß nicht, ich gucke immer so einen Checkliste. Was könnte ich denn noch haben? Oder was brauche ich, wenn ich runtergehebe? Ah, es hängt. Ja, aber funktioniert nicht mehr. So, und... Äh, ja, aber funktioniert wieder. Das hat aber gedauert. Ja, ich musste jetzt die erste Folge speichern, weil ich hatte überlegt, ob ich das wieder eingerichtet bekomme, aber dann hätte ich eventuell ein anderes Format gehabt. Gott, ist das besäuert. Ich finde es auch toll, dass man dich einfach einstellen kann. Ja, du, Minecraft, bist jetzt 1,280 bei 27, äh, 1,280 mal 7 Dinge ins Kirchens halt. Oder man nimmt es einfach mit Frags auf. Oh. Habe ich da gerade Diamant gesehen? Genau in meiner Hand! Was ist das? So, meine lieben Eimer, it's your time. Ihr habt lange für diesen Tag geübt. Enttäuscht mich jetzt nicht! Okay, dann aber... So, wir haben 5 mal Chili dabei. Chili? Ich nenne das jetzt ab sofort Chili. Okay. Wenn man Lava dabei hat, ist das Chili. So. Da können wir uns richtig schöne Chili-Lampen bauen. So. Wo musst du denn bitte auf die Farm jetzt? Ja, okay, wir irgendwie so vorstellen. Man wurdelt irgendwo lang. Und plötzlich heißt es, die ganze Mine stotzt ein, renn raus. Ja, und dann kommt natürlich ein Minensystem, was dann ruft, die Selbstzerstörung wurde aktiviert. Und klar. Ey, da wollen wir nichts gegen. Safe Destruction System has been activated. Das ist Resident Evil's Ding, ey. Ich hätte zwar mehr an Samus Aran gedacht, aber okay. Das ist auch bei jedem kleinen Scheiß. Wobei das eher am Anfang ist, wobei Resident meistens am Ende ist. Ein lebensames Spiel am Anfang. Oh mein Gott. Bitte flüchten sie. Oh nein, bei der Flucht sind alle ihre Updates kaputt gegangen. Weil die ja so toll waren. Und so gut befestigt sind. Einfach nur episch. Uhu, Kleber hält eben doch nicht immer. Ich weiß nicht, wie du... Ich brauch ein Feuerzeug. Michi nicht wie auf der Spinnenecke? Kann ja gar nicht sein. Ah, Lava. Wie macht man eigentlich ein Feuerzeug? Weißt du was gerade auswendig? Ein Eisen in die Ecke und... Ne, du brauchst ein Eisen und ein Flintstone. Ah, wo war dein Flintstone? Wusste ich mal. Nur das mit dem Eisen nicht mehr. Jetzt werde ich wieder hier. Schön im Kreis gelaufen. Schöne Musik, ehrlich. Ein Mic-Bar? Ja. Ein Klaviergetitel. Ich habe gerade gedacht, die nervt dich. Ja, es gibt... Was mich nervt, sind, dass es ja nur drei Songs gibt. Im gesamten Spiel. Das stimmt, das ist doch ziemlich jetzt... ...bötzend. Nicht schon bötzend. Frage, warum baue ich hier Löcher in die Wand? Ganz einfach. Weil ich hoffe, noch verschiedene Wege und so zu finden. Okay, mit einer Rechtsführung. Okay. Okay, hier ist noch irgendwas undiscovered. Das schreckt mich doch nicht so. Irgendwas war da mit deinem Napf oder mit deren Napf oder was auch immer. Die erschrecken sich von dir und die anderen Frauen waren. Aber das sind Mesh-Manchine, die können mir viel mehr antun als ich ihnen. Ja, so gut. Ich wollte nur sagen, ATF habe Böse, sonst habe ich deine Faust im Gesicht. Ich bin gerade überlegen, ob ich mich mit dem Schleimblock mal anlegen soll. Wieso bleibt der auch ewig in einer... Ich bin eingesperrt. Nee, also irgendwie braucht man nur ein Eisen und ein... Ein Eisen und ein Pflanzdown. Ach, klar war nicht. Scheiße, weg hier! Ich brauche bestimmt zwei. Hast du den Block schon gefunden, oder was? Nee, ich bin wieder in die Spinnenecke gerannt. Wir sind irgendwie miteinander verbunden. Verbunden mit der Dunkelheit. Hm. Ah. Fuß. Voll. So. Hier sind wir da voll. Wollen wir uns den Scheißschleim mal schnappen, mal kurz speichern, falls das Spiel mal wieder abstürzt. Ach, hier war die Kiste, die ich gefunden habe. Hm. Ja, wieder nicht. Wieder das Spinnennetz. Aber wo war der Schleim? Ich habe den Weg ja zugemacht. Kann ich irgendwas Wichtiges werden, wenn ich jetzt sterbe? Naja, nur meine halb aufgebrauchte Diamantenhacker. Alles andere habe ich oben gelassen. Kann ich wackeln, aber ich wollte es sagen. So, schon nicht mit dem Weg ja zuge... Da, hinter ist der Blob. Wo bist du? Ich habe dich jetzt zurückgelassen. Da musst du ja irgendwo sein. Boah, wie viel Eisen hier unten ist. Deswegen wird es wohl eine Mühle so. Gott. Was denn? Blöde Viecher, ey. Jajajaja, wie kann man sich bloß... Ey, selbst ich würde das kommen. Du schreckst dich vor, ich bin ganz schweingeräusch. Geil. Gut, der Schleim ist nicht mehr da. Mhm. Man sollte ja auch seinen Lebtag bei uns nicht verweilen. Ich hätte mir nicht gedacht, dass die automatisch disappear. Also wenn du irgendwann dann wiederkommst, werdet die das wohl tun. Uh. Ich habe schnell das Eisen abgebaut. Oh, der Schleimling ist nicht mehr da. Hm. Es ist fast. Ich betone fast schade. Mhm. 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 Ich höre Wasser, aber ich finde es immer nicht. Ich meine, Wasser und 40 Taschen Tief muss ja eigentlich irgendwas Raumiges bedeuten. Hm, ich habe mir gedacht. Das kann genau so gut wie eine Mini-Quelle sein. Gut, machen wir erstmal einen Schnitt, während ich das Ganze hier noch ein bisschen ausnehme. Ich werde... Ausschlachte. Ja, ausschlachte, das ist gut. Danke fürs Zusehen. Ich freue mich, dass ihr mich zu Minecraft überredet habt. Danke, danke dafür. Und wir sehen uns.